hallo freunde hier ist wasili im heutigen video geht es um munitionsarten die zu der kategorie holladungen gehören die im einsatz der russischen armee oder von russen entwickelt worden sind und die momentan so gänge munitionsarten die der russischen armee gibt also gibt geht heute nur um hitladungen oder hitgeschosse in der russischen armee für panzer viel spaß also ladungsgeschosse wo kommen diese hier die deutsche wehrmacht hatte sie im zweiten weltkrieg ziemlich aktiv im krieg gegen die sowjetunion eingesetzt und es gab auch sehr interessante versionen wie hier wo die 37 mm kanone mit einer überkaliber minne verwendet wurde die wirkung der hitgranaten oder kumulativgranaten ist nicht panzerungsdurchbrennend sondern panzerungsdurchschlagend diese kumulativstachel durchschlägt durch die hohe geschwindigkeit und druck durchschlägt die panzerung einfach so sieht das ungefähr in dem ziel aus das gibt dem panzer die möglichkeit auf allen entfernungen die panzerung ungefähr mit gleicher wirkung zu durchschlagen im gegensatz zu den kinetischen granaten so ke geschossen durchschlägt die holladungsgranate auf allen entfernen gleicher dicke von panzerung hier sieht man zum beispiel wie so ein moderner holladungsgeschoss ungefähr aussieht das hier ist das bk 14 m ein veralterter geschoss wir sehen hier den kumulativkonus der sich grau praktisch vor dem gelben sprengstoff herauszeichnet die stabilisierungsflügel sind am ende und sie sind ausklappbar beim austritt aus dem rohr aus dem kanonenrohr sind normalerweise zusammen geklappt wie hier zu sehen auf dem foto 3 bk 14 m hat eine durchschlagstärke von 400 mm bei 90 grad und 220 bei 60 grad wurde 1968 in dienst gestellt die austritts mündungsgeschwindigkeit beträgt 900 meter pro sekunde wird mit okfol ausgestattet das ist etwas stärkerer springstoff als dynamit circa 1,7 mal so effektiv und hat circa 1 kilo und 620 gramm von diesem springstoff nächste granate 3 bk 18 hat den eigenen namen von nadezhda weiß heißt hoffnung hat eine panzerungs durchschlagstärke von 500 und 260 mm bei 60 grad 1975 in dienst gestellt doch die modifikation m mit einem kupfernen konus die einen stärkeren durchschlag bekommen hat von 560 mm wurde bereits 1978 in dienst gestellt anfangs mündungsgeschwindigkeit beträgt 905 meter pro sekunde hat aber mehr sprengstoff an bord um 100 gramm sogar mehr sprengstoff dabei hat also jetzt ein kilo 754 gramm ein 1,75 kilogramm sprengstoff an bord diese granate ist ausreichend schlagkräftig sogar für die heutigen tage und wird immer noch sehr weit eingesetzt in lokalen konflikten erlaubt es momentan fast alle typen von veralteten maschinen zu zerstören verschiedene m60 t55 t62 oder frühere ausführungen von t72 das war jetzt gerade die beseitigung von veralteten munition aber wenn man jetzt über modernere oder irgendwie herausragende munition sprechen will die besondere eigenschaft hat dann müssen wir über die granate 3 bk 21 oder die besondere modifikation 3 bk 21 b die in dienst gestellt wurde ca 1982 und es gibt kaum fotos von dieser granate statt der stellernen beschichtung kumulativ konus also der billigste oder kupfernen der mehr effektiveren beschichtung wurde hier uran beschichtung verwendet die angeblich effektiver gegen die kombinierte panzerung wirkt zum beispiel die von challenger 2 die britische chopin panzerung und oder äquivalent amerikanischen zum beispiel oder auch äquivalent der chopin panzerung bei den deutschen panzern verwendet bei leopard 2 zum beispiel die durchschlagstärke beträgt bei 90 grad 650 bis 700 millimeter der fortschritt liegt auf der hand aber wirklich massenweise hergestellt geschoss wovon wir reden können ist 3 bk 29 und wodurch unterscheidet er sich er hat keine keine uran beschichtung für die für den kumulativ konus sondern hat einen tandem springkopf wozu denn in 1982 während der arabischen kriege haben die sowjetischen spezialisten die israelische dynamische panzerung gesehen in aktion und haben dann direkt danach die eigene kontakt 1 entwickelt und dann kam natürlich das bewusstsein dass man diese panzerung auch irgendwie überwinden muss deswegen hat das an dem geschoss in der nase eine kleine ladung eine kleine kumulativ ladung die zur zerstörung von der dynamischen panzerung dynamischen schutz zum beispiel arad oder sowas dienen soll die dynamische panzerung der ersten generation dann wirkt da eigentlich die haupt ladung wenn man über die panzer durchschlagstärke redet dann sind es circa 650 millimeter bei 90 grad bei 98 in dienst gestellten granaten 3 bk 29 m und circa 350 bis 400 millimeter bei auftreffwinkel von 60 grad das ist haupt munitions art die heute auf den 90 panzer verwendet wird im sinne von holladung munition aber das problem ist dass die frontprojektion der frontschutz der modernen panzer ist überhaupt nicht mehr 650 millimeter und hier haben wir eine sehr interessante granate 3 bk 31 3 bk 31 star 2 97 entwicklung 1997 experimentelle granate seine einzigartigkeit besteht darin dass man wenn sie vielleicht sehen hier drei ladungen eine in der nase im bug dann haupt ladung und dann die heckladung und der clue von der ganzen geschichte ist dass zuerst die nasen ladung detoniert um die erste schicht der dynamischen panzerung unschädlich zu machen dann die heckladung um dann die zweite schicht dynamischen der dynamischen panzerung unschädlich zu machen und in der haupt ladung seht ihr in der mitte einen ausschnitt damit die holladung die die der kumulativ stachel der heckladung dadurch wirken kann und dann wirkt eigentlich erst die haupt ladung in der mitte und der mittlere natürlich der stärkste die durchschlagstärke beträgt 800 millimeter circa die tandem ladung ist natürlich sehr cool sie können diese munition kann eben die doppelte dynamische eingebaute dynamische panzerung überwinden und hinter ihr dann nochmal 300 millimeter unter 60 grad auftreffwinkel durchdringen kann das ist ein ausgezeichneter wert denn normaler nicht mit einer tandem ladung ausgezeichneter schuss kann maximal vier mal eigenes kaliber durchschlagen also zum beispiel 125 x 4 sind 500 millimeter und hier sind sogar 800 und maximal kann sogar bis zu 1000 rauskommen aber das ist trotzdem zu wenig denn die heutige panzerung der modernen panzer frontal der russischen oder der westlichen panzer ist egal beträgt circa da sind so circa 1200 bis zu 1500 millimeter effektiv äquivalent in stahl also die die ganze kombination ergibt quasi fast 1,5 meter stahl effektiver panzerung deswegen hätte man hier die kornets zum beispiel die granaten die kumulativ schüsse kornets gebraucht für solche decken aber das alles kann nicht bei den russischen panzern verwendet werden der t90 t80 t84 oder t90 ms die können das gar nicht verwenden wegen der veralteten ladeautomaten die eigentlich für diese länge die die neuen granaten sind natürlich länger die können diese granaten gar nicht aufnehmen das sind eher so separate schüsse damit braucht sie natürlich eine separate abschussvorrichtung die sowas die sowas dann aufnehmen kann die da ist man nicht auf länge begrenzt die hauptgewaffnung modernen russischen panzer besteht eben aus ki granaten die hit granaten sind für veraltete panzer noch verwendbar aber nicht gegen moderne panzer und deswegen sind die hohe ladungsgranaten nicht sehr effektiv auf den russischen panzern das war's dazu ich hoffe es war interessant vielen dank für die aufmerksamkeit und macht es gut tschüss